Hallo Leute und Willkommen zum nächsten Türchen. Und nicht nur das, gleichzeitig auch. Willkommen zu einer neuen Folge von Game zum Sonntag. Ach, erinnert sich noch jemand an die unzähligen Game zum Sonntag Folgen? Ich auch nicht, denn es gab bisher auch nur eine einzige. Ja, wie auch immer, ich werde dieses Video gleich für diese zwei Formate nutzen aus Gründen. Ne, gut. Ich möchte heute über ein Spiel sprechen, das fast so alt ist wie die Zeit selbst. Dachte ich mir zuerst und es fühlt sich auch immer noch so an. Jedoch, das korrekte Releasejahr ist tatsächlich 2014. Es ist ein Spiel, von dessen Existenz einfach jeder wissen sollte und außerdem für so unglaublich viele Menschen sofort und überall verfügbar ist. Es ist ein Spiel, das seinesgleichen sucht und jeden für Monate, wenn durch sogar Jahre fesseln kann. Für so lange Zeit wird das vermutlich niemanden fesseln, aber diesen Punkt lassen wir einfach mal weg, okay? Wir kriegen zwar keine Ultra-HD-Grafik zu sehen, aber es bietet alles, was ein Spiel so braucht. Wir steuern einen einsamen T-Rex, der uns symbolisch aufzeigen möchte, wie prähistorisch unsere Zeit doch wäre, würden sämtliche Internetverbindungen fehlen. Und nun sollte klar sein, von welchem Spiel ich spreche. Genau, The Dinosaur Game. Oder scheinbar auch als Chrome-Dino bekannt. Ein Spiel von Google entwickelt, das ihr im Browser spielen könnt, selbst ohne verfügbare Internetverbindungen. Und nun ist es Zeit, diesen Stern des Spiele-Himmels anzuspielen. Los geht's! So, wir haben keine Internetverbindung und wir drücken einfach mal Space. Er springt und das Spiel geht los. Ich habe hier schon Highscore drin, aus Gründen. Äh, ja. Weil, keine Ahnung, ich habe es auch schon gespielt, mein Gott, aber nicht allzu viel und es ist auch schon vermutlich einige Zeit her, aber ich habe keine Ahnung. Es könnte auch letzte Woche gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ganz im Ernst. Ja, wir springen hier über Kakteen. Mehrere einzelne, die für mich so ein bisschen aussehen wie so eine Hand, die einen Mittelfinger zeigt. Ganz im Ernst, ich weiß nicht genau warum. Und, ja, das ist das Einzige, was passiert. Aber ich glaube, sollte es nicht irgendwann... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder hat das mit der Zeit zu tun? Nee, ich glaube, irgendwann sollte es... Wow, Flugsaurier. Noch einer. Und, fuck. Das sieht euch ein Dino an, so... Oh, nein. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ich glaube, irgendwann wird es nachts... Irgendwann wird es nachts in dem Spiel, aber ich bin nicht ganz sicher, ob es mit der Uhrzeit des Computers zu tun hat oder mit dem Score, den man hat. Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall war ich gerade... Ich habe sowas von gedrückt. Ich habe sowas von gedrückt. Funktioniert nicht immer. Liegt es an meiner Space-Taste? Das kann gut sein. Ich habe sowas von gedrückt. Ja, liegt es daran an der Punktezahl, wann es nachts wird? Bin mir echt nicht sicher. Aber ja, wir haben einen Wüstenboden, wir haben Kakteen, wir haben Wolken, die vorbeiziehen. Und wir haben verdammte Flugsaurier, die uns einfach im Weg stehen. Und ich glaube, bei dem einen hätte ich... äh, nicht rüberspringen sollen, sondern einfach unten durchlaufen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich war ein bisschen überfordert. Und ich denke, für dieses Video, ich würde schon gerne die 1000 Punkte knacken. Das ist jetzt nicht zu viel verlangt, oder? Spiel? Sei bitte nicht so. Wow, er hat gerade geleckt. Er hat gerade geleckt. Und du? Bist relativ tief unten. Okay, ich habe 500 Punkte. Da kann ich rüberspringen. Ich muss darauf achten, wie hoch diese Viecher fliegen. Da kann ich unten durchgehen. Ja, jetzt wird es anspruchsvoll, nicht wahr? Springen oder nicht springen? Das hier, die... Oh. Jetzt wird es Nacht. Wir haben den Mond. Und der Wechsel war gerade ein bisschen verwirrend, muss ich zugeben. War gerade ein bisschen verwirrend. Ah, muss ich rüberspringen? Hm, hör auf, das zu machen. Ich glaube, in der Nacht spiele ich lieber. Sieht irgendwie schöner aus und cooler. Ich habe die 1000 Punkte erreicht. Wow. Aber wann wurde es jetzt Nacht? Nach 450 Punkten, oder? Wow. Nicht so schnell, bitte. Es wird immer schneller. Oh nein. Oh nein. Aber ich denke, wir haben das Spiel gesehen, oder? Wie es funktioniert. Was man machen muss. Ziemlich cool. Ah, es wird wieder Nacht. Ah, na. Bei 1400 Punkten. Bei 700 vermutlich. Ich habe doch keine Ahnung. Und oh mein Gott, es wird immer schneller. Schaffe ich die 2000 Punkte? Ich meine, wir haben gesehen, um was in dem Spiel geht. Wir spielen diesen Lonely Rex. Wir springen über alles, was uns im Weg steht. Und es wird viel zu schnell gerade. Der Punkt ist, man darf auch nicht zu früh springen. Man ist ja zu verleitet, sobald man dahinter nicht sieht. Zu drücken, aber... Das wäre natürlich fatal. Und wir schaffen die 2000 Punkte. Yes. Und damit habe ich euch alles vom Spiel gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Aber ich spiele natürlich noch ein bisschen weiter. Wir haben mittlerweile Vollmond. Zuvor war es ein zunehmender Mond. Habt ihr gesehen? Hm. Komm schon. Wir rasen einfach nur durch die Steppe. Durch die Wüste. Was auch immer. Wir sind das einzige Lebewesen hier. Nein, sind wir nicht. Es gibt ja diese Flugsaurier. Ich wollte schon sagen, das ist das einzige Lebewesen. Und man kann es auch so sehen, auch der Kaktus ist ein Lebewesen. Das ist eine Pflanze. Lebt in gewisser Weise auch. Kommt hier noch irgendwas Cooles, wenn man eine hohe Zahl erreicht? Ich glaube nicht. Das einzige, was man kriegt, sind die Flugsaurier scheinbar. Die kamen ja relativ schnell. Nach 500 Punkten oder so. Ich habe doch nicht aufgepasst, mein Gott. So, und wir kriegen die 3000 Punkte. Wir sind sowas von ein Gott. Wie weit will ich machen? Ich meine... Ihr seht, was ich hier spiele, ne? Ist jetzt nicht das spannendste der Welt, aber... Auf die Highscore-Jagd gehen. So bei Langeweile mit Kollegen. Ich meine, es gibt Dümmeres, was man mit seiner Zeit anfangen kann, ja. Da stehe ich dazu. Es gibt wirklich Dümmeres. Und wie gesagt, Highscore-Jagd. Früher in der Arcade-Halle. Das war halt das Einzige, was einem irgendwie so... Ja, blieb. Klar, man kann spielen bis tot, aber man kann sich ja nicht mit anderen messen ohne den Highscore. Das ist so der Punkt. Wow, ich war vermutlich noch nie so gut. Oder ich hatte noch nie so lange Zeit, um dieses Spiel zu spielen. Das kann auch sein. Meine Fresse. Wow, und jetzt bin ich viel zu früh abgesprungen, aber... Ich wurde nicht gestraft. Wurde nicht abgestraft. Ich weiß auch nicht, ob es aktuell irgendwelche Easter Eggs in diesem Spiel gibt, aber vermutlich nicht. Halloween ist auch schon vorbei. Vielleicht gab es da irgendwas, keine Ahnung, vielleicht einen Kürbis zum drüberspringen. Aber, ja, ich glaube nicht. Ich hätte auch nichts davon gelesen, ehrlich gesagt. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe dieses Spiel nicht irgendwie abonniert oder... Ich weiß doch auch nicht, auf den ganzen Social-Media-Seiten, was weiß ich, was es da alles gibt. Ich bin da eh nicht wirklich unterwegs und deswegen kann ich auch nicht wirklich eine Ahnung von allem haben, was in der Welt gerade passiert. Und wisst ihr was? Ich will auch gar nicht von allem eine Ahnung haben, was in dieser großen, weiten Welt, der es aktuell nicht mehr so gut geht, passiert, ja. Nennen wir die Dinge beim Namen. Es war schon besser geschehen um unseren Planeten. Und das sollte jeder wissen. Wir haben 5000 Punkte, komm schon. Als ob ich jetzt das so lange hinkriege, einfach nur so. Ich würde jetzt gerne so lange spielen, wie ich das kann, aber... Ernsthaft, wie langweilig wäre denn das? Oder wollen wir es versuchen? Wollen wir auf die 1 Million Punkte gehen? Ich meine, ihr könnt euch die Länge des Videos anschauen. So weit wird es nicht kommen. Vielleicht werde ich das Ganze auch schneiden. Aber ich weiß es nicht. Irgendwann spielen wir hier ein... Game zum Sonntagsspiel. Und außerdem ist es ein Adventskalendartürchen. Oh, wir haben noch einen Stern. War der zuvor schon da? Bin mir nicht ganz sicher. Nicht aufgepasst. Oh, dieser Wechsel von hell zu dunkel und von dunkel zu hell. Der... Okay, das war's. Shit. Ja, Leute. Das war's für heute mit meinem Special-Video zum heutigen Adventskalendartürchen. Und außerdem die zweite Folge von Game zum Sonntag. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.